Mein Name ist Oliver Beyer. Ich bin Geograf und Pirat. Und das hier ist die Straßenbahnleitestelle am Landtag in Düsseldorf. Im Landtag habe ich fünf Jahre lang die smartgerechte Verkehrswende vorbereitet. Für ein stark ausgebautes und deutlich bequemeres Angebot von Bus und Bahn. Mit Fahrschein frei für alle. Dazu habe ich unter anderem eine Enquete-Kommission geleitet. In den nächsten fünf Jahren werden wir die smartgerechte Verkehrswende umsetzen, damit Nordrhein-Westfalen nicht im Verkehr erstickt. Untertitelung des ZDF, 2020